Das ist ein Framework, den ich kreiert habe, dafür, wie der Kryptomarkt für mich wirklich gut funktioniert. Das ist einmal Zeit und da brauche ich natürlich einen gewissen Rahmen. Das ist einmal die richtigen Coins und da brauche ich im Bestfall eine Mischung aus Small Cap Coins, das heißt Coins, die sehr klein, sehr kleines Marktkapital haben, allerdings auch Mid Cap Coins, das heißt Coins, die ein relativ normales Marktkapital haben und im Bestfall, um das Ganze halt so ein bisschen zu stabilisieren, das heißt das Risiko von den kleineren Coins zu den größeren zu hatchen, sagt man so, dann ist es so, dass ich natürlich insgesamt ein sehr geiles Portfolio habe und je mehr ich an Profit haben möchte, desto mehr muss ich in die risikoreicheren Coins reingehen und je mehr ich zufrieden bin mit einem Fünftig, und ich weiß das Ganze auch, dass ich einen kleinen Tee die Koffer habe und ich weiß, also ich weiß, ich weiß, wie ich das Ganze um nicht oder ich kann es nicht selber selber machen. Und ich weiß, dass ich da drin bin, wenn ich weiß, ich glaube, was, dass ich anfle сп bahnte, dass ich nicht so lange, Das war mir so schwer, aber ich weiß, dass ich mich sehr sichere,